Das ist hier Sierksrade und da gibt es auch Weihnachtsbäume, um zu kaufen, hier irgendwie rechtzeitig, kann man sich da noch einen holen, einen Weihnachtsbaum natürlich, hier Sierksrade. Da rechts rein, da gibt es so Mülldikonie, Sondermüll natürlich, aus aller Welt, wird hier eingelagert, in Großväden, Leiter neben der Disco, hier nochmal ein schöner Blick, Sierksrade und Tschüss.